Schatz, kommst du mal? Der Podcast Du, Brunner, läuft wieder. Ja, Moment, gleich. Ich bin doch gerade beschäftigt. Ja, aber es ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können. Wir sind Magdalena und Andreas, die zwei Macher vom Du, Brunner, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Du, Brunner, Podcast. Zu einer neuen Folge von unserem Podcast für Paare im Online-Business. Ja, und wir freuen uns, dass heutige Gäste mit dabei sind, nämlich der Tamer und die Teresa. Beziehungsweise natürlich die Dame zuerst, die Teresa und der Tamer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ihr habt ein ganz, ganz spannendes, gemeinsames Projekt. Vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen und natürlich euer Projekt. Ja, wir sind die Kongressveranstalter vom Online-Kongress Frieden in der Beziehung. Paare verändern die Welt, der auch für Singles ist. Und ja, wir haben selber als Paar vor fast zehn Jahren Probleme gehabt. Die hätten uns fast getrennt. Wir haben damals Glück gehabt, eine ganz tolle Paartherapeutin zu finden. Das ist die Katharina Klees. Und wir waren dann so begeistert von ihrem Ansatz, dass wir als Ingenieure gesagt haben, wir lassen uns ausbilden. Ich bin auch Architektin und lustigerweise ist das Symbol von ihrem Ansatz das Beziehungshaus. Also bin ich jetzt Beziehungshaus-Architektin und will einfach dieses Wissen, was im Prinzip Traumatherapie und Paartherapie kombiniert und unheimlich wirkungsvoll ist, in die Welt bringen. Genau, mir bleibt da jetzt nicht viel zu sagen. Der ist halt schon alles berichtet. Außer eben halt unsere eigene Geschichte, was mir auch sehr viel wert ist, meine eigene Erfahrung auch als Mann, Dasein und meine Männlichkeit in der Beziehung dann auch weiterzutragen. Das heißt auch, nicht nur jetzt haben wir uns, Anführungszeichen, geheilt, jetzt machen wir weiter, sondern dieses Wissen, dieses enorme Wissen, das ja weltweit unterwegs ist, nicht nur bei uns, sondern auch bei euch und bei anderen Paaren, das darf und ich sage bewusst jetzt auch, muss in die Welt getragen werden. Und das hier ist jetzt auch eine hervorragende Gelegenheit, unter anderem aber auch unser Kongress mit vielen, vielen Experten. Vielleicht kann man noch sagen, Tamer kommt aus der Türkei, ist mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen und wir haben uns in der katholischen Hochschulgemeinde kennengelernt. Das ist ja spannend. Ich wusste direkt, ich muss den Mann heiraten, auch wenn er das noch nicht so eingesehen hat. Und ja, mittlerweile haben wir zwei gemeinsame Kinder und Tamer hat noch eine Tochter. Schön. Es ist ja spannend, was du gerade gesagt hast, Theresa, weil das war bei uns ähnlich. Ich wusste sofort, das ist mein Mann. Der hat noch ein bisschen gebraucht. Ja, spannend. Ihr habt schon ganz, ganz viel gesagt über euch. Vielleicht wollt ihr auch noch ein bisschen sagen dann, was das Beziehungshaus ist. Aber vor allem finde ich auch ganz spannend diesen Ansatz, Paare, die die Welt verändern. Das ist ja so euer Online-Kongress, der auch so heißt oder diesen Untertitel hat. Ich berücksichtige mal über das Beziehungshaus. Der andere Pfad ist dir, glaube ich, besser gelegen. Also Beziehungshaus ist in dem Sinne, was zuerst bei mir in der Form, wie ich es zum ersten Mal erlebt habe, so spontan die Reaktion wie, was, warum so ein Haus. Ein Haus ist doch gemeinschaftlich. Ist es ja auch, nur dieses Bewusstsein trägt dieses Beziehungshaus, dass es eben einen gemeinsamen Eingang gibt. Also man tritt gemeinsam in das Leben ein. Und dann ist es aber auch die Aufgabe in der Beziehung, getrennte Stufen hochzugehen. Das heißt also, jeder hat seine Bereiche, jeder hat sein Kinderzimmer, in dem sie symbolisch wohlgemerkt. Und dann gibt es einen Gemeinschaftsraum, wo man lebt, wo der Stress über die Liebesphase dann anfängt. Und dann gibt es eben, sozusagen, wenn man direkt drauf schaut, also links den Bereich für die Weiblichkeit und rechts für die Weiblichkeit, kann natürlich auch umgekehrt sein. Männlichkeit. Männlichkeit, Entschuldigung. So, dass man also in eine bewusste Beziehung da reingeht. Das heißt, man hat einen Alltagsraum. Dann hat man aber auch wiederum dieses, meinen eigenen, meinen Entscheidungsraum. Dann habe ich meinen Meditationsraum als Mann. Und wenn es eben diese Stresssituation gibt, dass ich die auch mir in meinem eigenen Haus oder Wohnung so kreiere, dass ich immer für mich sorge. Auch wenn ich dann in den Keller rutsche. Da gibt es auch natürlich diesen Bereich. Jedes getrennt für sich. Und jeder arbeitet entsprechend dann auch mit den Tools, die Dr. Gardena Glees uns gelehrt hat. Und wir gemeinsam mit ihr das auch weiterleeren. Eben diese, ja, Monster im Keller sozusagen, ja, ein bisschen. Oder die unaufgeräumten Trigger oder Erlebnisse im Leben. Nicht ein bisschen, sondern daran zu arbeiten und aufzuräumen. Und das Highlight ist natürlich ganz oben in dieser Liebesraum, der ganz hell gestaltet ist. Das ist auch ein weiterer, erstrebenswerter Raum, den beide dann betreten können. Insbesondere auch in der sexuellen Begegnung und in Frieden. Ja, und in voller Liebe und der dann unterm Dach ist. Und dort komme ich nur dahin in meiner Beziehung, wenn ich insbesondere zum Beispiel als Mann bewusst dahin gehe als Gebender. Ja, und nicht, ich will jetzt Sex zum Beispiel, sondern einfach bewusst in die Beziehung. Und eben auch, die Katharina, das ist auch das Tolle. Es sieht zwar schön aus, aber das Einschneiden bei mir war auch, Sex muss nicht immer toll und wild und was weiß ich sein. Sondern den darf man auch bewusst erleben. Ja, wir haben auch Experten dabei, die das auch erläutern. Und da geht es nicht nur um das Penetrieren, also in meinem Gedanken vor 10, 20 Jahren, sondern einfach um die Begegnung, um die Verbindung und um das Berühren und das Wahrnehmen und auch Tränen und etc. Alles darf an diesem Platz sein. Das ist jetzt eine grobe Umschilderung vom Beziehungshaus. Vielleicht kann man dann, weiß ich nicht, ein Bild einblenden oder so, irgendwas dann symbolisieren. Ihr habt es ja sicherlich auch schon gesehen auf unserer Webseite. Ja, habe ich mir auch schon mal angeschaut, oder wir uns, genau. Ja, wir werden das dann einfach auf den Shownotes auch verlinken im Podcast. Dann können die Leute dementsprechend dann eben da auch drauf klicken und sehen dann eben, dass man sich das noch ein bisschen räumlich vorstellen kann. Wobei ich auch finde, dass du es jetzt schon sehr gut erklärt hast. Also ich finde es sehr gut, dass man in den Haus reingeht und ab und zu rutscht man in den Keller wieder ab sozusagen und räumt dann langsam in den Keller wieder auf und versucht halt immer wieder in den Raum nach oben zu kommen und so dann halt gemeinsam die Zeit auch zu verbringen. Oder eben vor allem ist es ja auch bei Paaren, die zusammenarbeiten oder wir machen das jetzt auch seit sechs Monaten zusammen, eben, dass wir zusammen in einer Wohnung leben. Und da muss man sich eben auch arrangieren. Also welchem Zimmer arbeitet man und so weiter. Deswegen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und finde ich, hast du sehr gut erklärt, wie das Beziehungshaus dann aussieht. Danke. Ja, es ist auch in der Challenge. Wir haben ja vier Tage Interviews im Kongress und dann vier Tage eine Challenge, wo man erste Übungen machen kann. Da wird es auch als allererstes Symbol mit auch erklärt und gezeigt. Und da bekommt man das dann auch. Ihr hattet ja noch eine zweite Frage nach der Vision, wie die Paare die Welt verändern werden. Als die Katharina uns das mal erzählt hat, dass sie gesagt hat, sie glaubt, dass Paare die Welt verändern und nicht allein lebende Menschen. Da waren wir erst mal so, hä, was soll das und was ist unser Projekt? Weil jeder von uns hat einen Job und ja, wir haben halt zwar die Ausbildung bei ihr gemacht gehabt und schon so ein paar einzelne Dinge, aber wir wussten überhaupt noch nicht, was das heißt. Und wir wollen halt mit dem Kongress auch so diesen aufzeigen. Also wir haben Paare, die ganz am Anfang stehen, die gerade ihren Prozess halbwegs aus dem Streit auszusteigen geschafft haben, bis hin zu Paaren wie Svantje zum Beispiel, die jetzt gemeinsam mit dem Thomas Online Kongresse und Online Marketing als Projekt eigentlich, das war das Erste. Und über dieses Projekt haben sie sich kennengelernt und gesagt, wow, wir müssen das zusammen in die Welt bringen als Paar, weil wir da mehr Kraft haben. Also wir wollen so diese ganze Bandbreite von, ich bin noch Single, wie kann ich da jetzt an mir arbeiten, damit ich nicht wieder dieselbe blöde Erfahrung mache als Paar. Ja, weil man weiß ja oft, man hat zwar andere Partner, aber die haben die gleichen Macken nach zwei, drei Jahren und das will man nicht mehr wieder erleben als Single, bis hin zu Paaren, die halt wirklich wie Schwaller und Karl Gamper dann gemeinsame Projekte machen, die unheimlich wirkungsvoll sind. Und ich glaube halt, dass mittlerweile, dass Paare viel kraftvoller sind, weil eben die männliche und die weibliche Energie zusammen eigentlich die Einheit oder das Ganze symbolisieren im Kleinen. Und wenn ich nur als Frau oder nur als Mann alleine agiere, dann habe ich nicht die ganze Kraft. Ja, Theresa, finde ich ganz schön, dass du das so schön erläutert hast, weil das nämlich genau der Punkt ist, den wir ja auch haben, diesen Ansatz, dass wir deswegen auch so gerne gemeinsam arbeiten und wir da spüren, dass jeder von uns dann genau in die eigene Kraft kommt und das Ergänzende, was dann rauskommt, ist einfach total schön. Ja, und ich hoffe mal, man spürt das nach außen und bei vielen Paaren, gerade im Online-Business, ist das auch sehr spürbar, habe ich jetzt so in den letzten zwei Jahren vor allem erfahren dürfen. Schön. Ja, und ich finde auch schön, dass ihr gesagt habt, jetzt gerade nochmal, dass es eben auch für Singles durchaus der Kongress ist. Für Leute, die jetzt halt zuhören und den, oder generell das Format Online-Kongress noch nicht so kennen, Wie läuft das denn ab? Kostet der Kongress denn etwas? Nein, der Kongress ist kostenfrei. Also man kann sich auf unserer Webseite www.frieden-beziehung.de Immer mit Bindelstrich. Immer mit Bindelstrich. Einfach kostenfrei. Ein Thema, die verlinken auch natürlich in den Show-Notes. Also einfach über die Webseite entsprechend mit seiner E-Mail anmelden, dann ist man schon dabei. Also kostet nur einen Klick sozusagen. Und dann kann man dabei sein, eben beim Online-Kongress und eben auch bei der viertägigen Challenge. Ja, genau. Sag dir nochmal kurz die Daten, wann die sind für die Hörer. Ich meine, auch das werden wir nochmal verlinken, unten reinschreiben. Aber vielleicht sag dir nochmal kurz, wann der Kongress ist und wann die Challenge. Also der Kongress ist von 18. bis 21. Oktober und die Challenge dann direkt von 22. bis 25. im Anschluss. Und ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen so zurückspringen. Also man hat ja immer so diese einzelnen Zeiten. Also man ist in der Vergangenheit und man lebt ganz jetzt im Jetzt oder eben auch in der Zukunft. Aber mir ist vorhin so die Frage eingefallen, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Und wie hat sich das dann früher entwickelt? Bis zu diesem Zeitpunkt, wo ihr ja eben da euch entschieden habt, eben auch in Haartherapie zu gehen. Das finde ich noch ganz spannend zu erfahren. Ja, kennengelernt haben wir uns halt, als ich 21 war und haben wir 32, 1997 schon. Und genau und ja, halt mehrere Jahre nicht klar, was ist, ob wir irgendwie irgendwann mal ein Paar sind oder nicht. Also so offiziell seit 2001 hat mir Tamer dann einen Heiratsantrag gemacht, als ich in England war. Auch ganz schön vom Schiff. Und dann waren wir auch direkt schwanger. Also wir haben eine Woche später war ich schwanger mit meiner Älteste oder mit unserer ältesten Tochter. Und dann haben wir die Hochzeit noch vorverlegt auf den April und ja 2002 dann geheiratet. Und ja, dann erst mal, also der Anfang war wirklich Hollywood-mäßig mit allem, mit allen Dramen und allem. Und dann kam halt irgendwann nach der zweiten Tochter, wurde es dann enorm stressig. Also wir haben dann angefangen zu streiten und wussten eigentlich gar nicht, warum und über was. Und es kam aber immer wieder und dann war die Sexualität nicht mehr schön und ein riesen Stressfaktor. Und ich war dann irgendwann mal sechs Wochen krank. Und da habe ich dann beschlossen, da kannten wir Katharina schon von einem Seminar, dass ich zu ihr gehen will. Und ich habe dann gesagt, ich gehe da hin, kommst du mit. Wenn du nicht mitkommst, gehe ich trotzdem. Ja, so wie das Stichwort alleine. Die Bewegung ist immer alleine als allererstes. Genau. Ja, und dann haben wir halt bei Katharina ein Jahr Therapie gemacht. Und danach haben wir eine Ausbildung angefangen, die ein Jahr gedauert hat. Ja, und dann waren wir das erste Paar, was mit ihrem Ansatz wirklich so gearbeitet hat. Und dann sind wir quasi als Assistenten in die Jahrestrainings mit eingestiegen. Ja, und jetzt haben wir vier Jahrestrainings assistiert. Und jetzt wollen wir einfach selber auch Jahrestrainings aufbauen. Und ja, mit dem Online-Kongress ist es jetzt so der erste Schritt, um halt wirklich auch bekannt zu werden, dass wir das können und dass wir da Experten sind. Ja, dafür ist das echt auch ein super Weg. Drückt mal euch auf jeden Fall fest die Daumen. Und ja, gibt es denn dazu schon einen ersten Ansatz, wann das beginnt mit den Jahrestrainings? Also es gibt direkt im Anschluss, gibt es allerdings nicht von uns, sondern von Katharina, also dann direkt 26., 27., 28. Oktober ein Ausbildungswochenende in diesem Ansatz, also für Therapeuten und Fachleute. Also wenn jetzt jemand, der Fachmann wäre, Interesse hätte, der könnte sich da noch anmelden. Wir werden allerdings dann bis zum Kongress auch Termine noch festlegen, wann wir unser Jahrestraining dann anbieten oder beziehungsweise ein Intro zum Jahrestraining. Genau. Also ihr habt auf alle Fälle, ihr habt da schon Erfahrungen gesammelt, ja eben auch in der Zusammenarbeit damals schon, oder? Also dass ihr dann, wo ihr ausgebildet wart, hattet ihr die Möglichkeit, dann ein bisschen zu assistieren. Und dann interpretiere ich einfach mal rein, dann hat es euch so gut gefallen, dass ihr dann eben nach und nach dann gesagt habt, ihr wollt auch wirklich dann eben was Eigenständiges zusammen machen dann. Mhm, genau. Wir haben so viele positive Erfahrungen gemacht und gesagt, boah, diese Arbeit, die ist so heilsam für die Paare, weil das Zentrale in der Arbeit ist ja, aufzuhören zu streiten. Also es ist auch das Alleinstellungsmerkmal, weil Streit führt in den Keller. Und man kann nur Themen lösen, wenn man nicht im Keller ist und auch nicht in einer, ja, Quengel- oder Meckerstimmung, sondern man muss wirklich in einer guten Stimmung sein. Also wir haben da eine Skala von 1 bis 10, also 1 ist Keller und 10 ist Himmel. Und wir sagen, man kann nur bei einem Stimmungswert von 7, 8, 9 oder 10 wirklich Themen lösen. Und das ist halt so das Zentrale. Und wir zeigen den Menschen, wie das geht, wie man das schafft, da hinzukommen, dass man wirklich nur dann, wenn man in einer guten Stimmung ist, Lösungen findet, weil Streit ist in schlechter Stimmung über Probleme reden und im Prinzip ist die Lösung in guter Stimmung über Lösungen zu reden, also über Lösungsmöglichkeiten. Was ja eigentlich auch ganz logisch klingt, gell? Nur in der Praxis ist es bei ganz vielen Paaren eben dann genau anders. Ja, genau. Genau. Ich würde gerne etwas ein bisschen noch ergänzen zu der Frage, unsere Seminare aufbauen. Also wir sind ja gerade dabei und die Idee bei uns, bei mir insbesondere, ist, das nicht so therapeutisch zu arbeiten, sondern einfach die Erfahrung zu transportieren. Und auch jetzt über diese Jahre hinweg, auch über meine eigene Erfahrung, bedeutet zum Beispiel, in die Therapie gehen. Ist ja so hinterlegt, du bist ja krank, du bist ja kaputt und wie ich bin kaputt, ich bin ganz gesund und so, aber mir ist nichts. Und so bin ich ja auch mit zu Katharina gegangen, also in der Einstellung. Ich begleite sie, Theresa ist kaputt und die Mama wird ja ganz und dann ist wieder alles in Ordnung. Also das ist nicht so dieser tiefe Ansatz in der Form, sondern das darf sich entwickeln. Wir möchten gern so eine Brücke schlagen. Also das heißt, wir möchten gern unsere Seminare als Brücke schlagen, anbieten zu sagen, okay, erlebe mit uns eine Woche als Beispiel und verbinde das mit einem Urlaub. Also das heißt, wir wollen schöne Orte auch finden, sei es jetzt in Südtirol zum Beispiel, wo wir das schon mal gemacht haben oder eventuell auch später in der Türkei oder irgendwo, wo es warm ist, wo man einfach das Urlaubsgefühl oder beziehungsweise den Urlaub mitverbinden kann, kann aber auch dann Beziehung lernen. Das heißt, über unsere Erfahrung dann das so, so Einheiten, die dann, was weiß ich, am besten ja, wie man immer so schön sagt, früh als morgens, ja, wo man noch aufnahmfähig ist zum Mittag und dann hat man den Nachmittag zum Beispiel frei und kann sich dann als Paar und dann relaxen und erholen, ja, wegen mir auch Wellness etc. aber trotzdem einen Urlaub genießen, ja, ich tue auch was für meine Beziehung und ich tue auch was für mich selbst. Und dann auch, noch ganz kurz, und dann auch diesen negativen Nachgesprach, von dir oder zu einer Therapeutin zu gehen, zu einer Therapeutin oder Therapeuten sein. Das ist einfach, dass das mal vom Tisch fällt, sondern wenn ich da hingehe, dann an mir und an meiner Seele und an meinen Bedürfnissen. Im Sinne kommt mir jetzt gerade, ich gehe auch zum Arzt, ich gehe auch zum Zahnarzt und etc., um da wieder mich zu pflegen, mich persönlich. Ja, ich wollte nur schnell einlenken oder sagen, es ist ja auch eine schöne Gelegenheit, wenn ihr das macht, auch andere Paare kennenzulernen, die vielleicht auch einen ähnlichen Ansatz haben oder auf einer Wellenlänge sind. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Genau. Ja, und im Urlaub gibt es ja auch oft Streit, weil man auf einmal so viel Zeit miteinander hat. und da ist halt dann garantiert, dass man den Urlaub nicht streiten muss, weil wir es ja dann beibringen, wie das anders geht quasi. Ich glaube, uns müsste man erstmal beibringen, wie man streitet, aber das ist ein anderer Punkt. Ich sage es dir mal nicht, da gibt es auch Workshops da nicht richtig streiten. Ja, genau, da gibt es nämlich auch einen guten Punkt. Nichtstreiten heißt, also wenn man nicht streitet, heißt nicht, dass man wirklich nicht streitet. Weil es gibt auch andere Methoden. Also es kommt eher darauf an, ob der andere damit in den Keller geht. Also ich kann auch über nichts sagen oder über mich weg rausziehen, kann ich auch streiten in dem Sinn, dass ich, man nennt das die apokalyptischen Reiter. Also wenn ich mich zurückziehe zum Beispiel, das ist fast noch schlimmer, wie zu streiten. Also da arbeite ich dann auch mit den Paaren und erkläre denen das. Wenn die sagen, wir streiten nie, es ist alles okay, dann suchen wir halt, ob die apokalyptischen Reiter irgendwie doch benutzt werden. Und meistens, wenn es Probleme gibt, werden die auch benutzt. Also dann gibt es halt einen anderen Weg, wie man da rauskommt. Ja, ich glaube, wir haben es gerade so ein bisschen erwähnt, weil das sehr, sehr häufig bei uns vorkommt, dass Menschen fragen, Mensch, wie macht ihr das denn? Also gerade Leute, die nicht im Online-Business sind. Wie haltet ihr das aus, als Paar dauernd zusammen zu sein? Und manche sagen sogar, oh Gott, das würde ich überhaupt gar nicht freuen mit meinem Partner den ganzen Tag zusammen und dann noch arbeiten mit denen. Deswegen haben wir das gerade so ein bisschen eingebracht. Hört ihr bestimmt auch von einigen, oder? Ja, also wir haben ja noch nicht so lange jetzt, also jetzt sehen wir uns wirklich jeden Tag, weil ich auch nicht mehr arbeite. Ich habe meinen Job gekündigt zum 30. Juni und mit den Tools jetzt kriegen wir das auch hin. Also wir haben uns wirklich auch sehr viel gestritten früher und ich habe auch früher mal gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mit Hamer zusammenzuarbeiten. Aber seit wir diese Paar-Seminare entdeckt haben und da ergänzen wir uns wirklich in einer unglaublich schönen Kombi. Also Hamer kann da Dinge einbringen, die ich mich nicht traue und ich weiß halt ganz viel Theoretisches, kann das sehr gut erklären und ja, das macht einfach unheimlich viel Spaß. Ja genau, deswegen sind wir eben auch so Fans von eben der Zusammenarbeit oder eben auch genau dann als Mann und Frau, weil man dann eben solche Gelegenheiten ergreifen kann und sich eben auch traut, eben zusammen sich zu ergänzen, was man vielleicht sonst nie machen würde, dass man sich irgendwie, man weiß jetzt nicht, ob du alleine jetzt als Architektin selbstständig warst, aber hört sich so an, wahrscheinlich eher nicht, dass man dann halt eher jetzt so die Möglichkeit ergreift, ah ja, dann auch wirklich halt, ja, so ein freieres Leben einfach zu führen, indem man eben dann eben zusammenarbeitet und das ist ja auch der Grund, warum wir eben diese Zusammenarbeit Partnern empfehlen, dass der ganze Tagesrhythmus und so weiter ist halt viel aufeinander abgestimmt dann dadurch. Ja, ich glaube, man muss halt auch wirklich, es muss irgendwie zu deiner Stimmung passen, auch wenn das Wort jetzt viel, viel verschieden aufgenommen oder betrachtet werden kann, aber ich glaube, wenn man in etwas zusammenarbeitet, was nicht auf dem Weg des Herzens liegt oder so, dann wird es schwierig, aber wenn es für beide ein Weg ist, der wirklich zu dem führt, was irgendwie zur Essenz gehört oder so, ich weiß nicht, da kann man immer nur so geschwollene Worte benutzen, aber dann passt es wirklich zusammen und dann fängt man auch nicht an, miteinander zu streiten, weil dann passt es halt, und wir haben ja die Theorie, je mehr man streitet, das ist eigentlich der beste Gradmesser zu sehen, man ist sehr weit weg von seiner Bestimmung, also von dem Weg seines Herzens, weil wenn du auf dem Weg deines Herzens bist, dann fließt so viel Energie, dann brauchst du nicht streiten, weil im Streit geht es immer um den Kampf, um die Energie und wenn ich Energie habe, weil ich verbunden bin mit mir und mit dem großen Ganzen, dann muss ich nicht mehr streiten, weil dann fließt ja Energie. Ich finde das immer spannend, weil damit beschäftigen wir uns natürlich auch stark mit der Bestimmung, Berufung, Vision finden oder wir lesen auch Bücher dazu, ich glaube aktuell haben wir auch eines zum Thema Seelenplan. Wie war das denn bei euch? Wie habt ihr das denn dann entdeckt bei euch jeweils? Also ich fange mal bei mir an, ich bin immer noch am Finden, ich weiß auf jeden Fall, dass über die Erfahrungen, wie gesagt, was wir jetzt hier alles erzählt haben, dass ich, also ich begebe mich unter die Menschen sehr gerne, ich unterhalte mich auch mit den Menschen sehr gerne und auch in der Form, dass ich so ein Feedback-Gefühl zurückbekomme, dass es die Menschen, nicht alle, das ist auch klar, das ist auch normal, berührt, ja, und es ist aber immer meine Geschichte, ja, es ist immer meine Geschichte und da habe ich schon einen Hinweis hin und da möchte ich auch dahin, also in der Form, ich bin immer noch aktiv als Diplom-Ingenieur und Vertriebsspezialist für eine Firma und mache Vorträge, da geht es ja auch um Menschen, aber so im klassischen Sinne, ich gehe da hin, um halt das Anführungszeichen, das liebe Geld zu verdienen, in der Form, es macht mir zwar auch Spaß, es ist aber nicht so eine Herzensangelegenheit und all das andere, diese Erfahrung, auch ich habe ja 2015 angefangen, Männerseminare zu leiten, selbstständig und habe auch schon seitdem regelmäßig bis auf das vergangene Jahr einmal pro Jahr in Südtirol über eine Woche meine Männerseminare angeboten und das waren sehr, sehr bereichernde, auch für mich, sehr bereichernde und berührende Begegnungen von Menschen, die dann ich natürlich auch von der Alm gegangen sind, die so geseelt waren, die voller Energie waren, die haben nicht das von mir geklaut oder von dem oder im Streit etc., sondern die haben sich selbst gefühlt, ja, und das waren halt ganz tolle Erlebnisse und das sind für mich Signale, wo es dann auch in der Kombi darf auch so dieser gemeinsame Weg sein für Paare, darf aber auch sein in die Richtung Männlichkeit, darf aber auch sein in die Richtung Weiblichkeit und das ist absolut befruchten für alle. Ja, also ich habe mein ganzes Leben eigentlich nachhaltige Projekte gemacht, also ich habe Energiewendemanagement im Sinne von Klimaschutz jetzt elf Jahre lang gemacht und bei einer Bürgerstiftung bin ich auch schon so lange aktiv mit alternativen Geldsystemen wie zum Beispiel Regio Geld Kiengauer oder sowas, mit dem Thema habe ich mich ganz viel befasst, weil ich immer nach der Frage gesucht habe, warum, was verhindert auf unserer Welt, dass die nachhaltigen Projekte die Welt besser machen und da gab es halt dann einmal die Antwort Geldsystem, da habe ich dahinter geschaut und vieles gefunden, zum Beispiel Gradido, die Gradido-Gründer Bernd und Margret haben wir ja auch in unserem Kongress als Paar und dann habe ich in den Projekten immer festgestellt, es gibt immer Beziehungsthemen und die Beziehungsthemen, die klauen ganz viel Energie und dann wollte ich wissen, wie kann ich verdammt nochmal diese Beziehungsthemen lösen, damit die Projekte, wenn sie dann schon ihr Geld gefunden haben und die Menschen, die die Zeit haben, damit sie dann nicht an den Beziehungsthemen kaputt gehen und deswegen habe ich halt dann diese Lösung für Beziehungsthemen gefunden und jetzt will ich halt dieses Know-how, sowohl was das Geldsystem als auch was die Beziehungsthemen angeht, den Projekten bringen, damit die Projekte mehr Energie und Kraft haben, weil dann geht es schneller, dann ist die Energie frei, um den Wandel zu gestalten und nicht um sich gegenseitig Stress zu machen unnötigerweise. Ja, schön, jetzt haben wir schon noch erfahren, wer auch noch mit dabei ist als Experte beim Kongress, beim Frieden in der Beziehung und bei mir ist die Frage noch aufgetaucht, also weil Karl gemeint hat, dass in Projekten gibt es dann irgendwie Stress in der Beziehung, ist denn eigentlich auch so dieses Konzept, also das Beziehungshaus dann auch gegebenenfalls ein Stück weit anwendbar, also außerhalb von partnerschaftlichen Beziehungen? Ja, auf jeden Fall, also wenn man das Know-how hat, kann man das in jeder Beziehung anwenden, weil es geht eh mit allem immer zu dir zurück, mit jedem Beziehungskonflikt, man braucht halt nur die Werkzeuge, also viele wissen das ja auch schon, dass es wahrscheinlich an denen selber liegt, aber sie wissen nicht warum und sie finden den Weg nicht und mit diesem Instrument habe ich halt selber auch ganz viel dazugelernt und verstanden, dass es doch immer noch an mir liegt, also auch mit dem Kamer, ich habe immer noch so Momente, wo ich denke, nee, diesmal ist es aber eher und umgekehrt genauso und wenn man genauer schaut, dann merkt man, ach Mann, das ist schon wieder irgendwas Altes, was ich da projiziere und mit den Instrumenten, die wir halt gelernt haben, kann man es halt auch tatsächlich einfach sich bewusst machen, weil das Problem ist, dass es so unbewusst ist und dann wird es einem bewusst und dann kann man anders damit umgehen. Also ich sage, wenn ich das ein bisschen ergänzen darf, du kannst es sogar bis dahin zu der Beziehung zu deinem Nachbarn anwenden, also symbolisch wohlbemerkt in dem Sinne, weil es entsteht so viel Tiefes, was mich betrifft, ja, weil ich hatte gerade jetzt, weil das ist mir auch eingefallen, einen Freund getroffen und der hat jetzt einen höllischen Streit mit dem Nachbarn für Dinge, aber er zeigt dann auch auf die andere Seite, ja, anstatt mal Pause zu machen, innen zu halten und mal einfach zu überlegen, was ist denn mein Anteil jetzt an der, oder was, wieso ärgert mich dieser Typ jetzt, wenn er so und so sich verhält, ja, woher kommt das, da war ja auch immer zwei Aspekte, das eine ist der Wille, ich will es herausfinden, was ist an mir, was liegt an mir und das zweite sind die Werkzeuge, wenn ich es will und ich weiß nicht wie, dann komme ich ja da auch nicht weiter. Ja, das finde ich schön, dass ihr das nochmal sagt, dass es wirklich, ja, für jeden eigentlich was ist, weil man kommt dann doch mal oft an den Punkt, denkt sich, Mensch, ich möchte es in der nächsten Situation auch wirklich mal anders machen, dass eben nicht so bei mir diese Gefühle so hochkommen oder auch mal was hinterfragen, woran liegt das, aber es braucht natürlich auch den Wunsch der Veränderung und Bereitschaft, das auch mal anders zu machen. Ich fände auch spannend, wie es bei euch denn so abläuft im Alltag, jetzt gerade, wenn ihr diesen Kongress vorbereitet zum Beispiel, gibt es da bei euch auch eine klare Aufgabenteilung? Ja, die Aufgabenteilung ist ganz klar. Ich mache den Kongress und Tamer hat halt auch noch seine Arbeit, also ich mache das Ganze Administratorische und Technische und so weiter und organisiere die Termine und für die Interviews schaue ich dann, dass er auch Zeit hat und jetzt die Werbung werden wir zusammen machen, weil Tamer ist ja vertriebserfahren und traut sich auch direkter und mehr zu fragen wie ich und ja genau, aber die Hauptarbeit hinten dran, die mache ich. Also 99,9 Prozent. Wow. Das war wirklich Hut ab, auf jeden Fall und dazu gehört schon einiges so ein Online-Kongress zu machen. Ja, danke. Ja, drücken wir auch wirklich euch ganz fest die Daumen, dass ihr viele, viele Paare erreicht und natürlich auch Singles. Einzelliebe, genau. Genau, vielleicht wollte ich noch mal kurz erläutern, also warum das auch ein Kongress ist für Singles, also Ja, also ein ganz wichtiger Grund ist, ich habe ja Muster in mir, die eine Resonanz erzeugen, mit dem ich dann auch meinen Partner finde, den zukünftigen. Also wenn sie jetzt Singles sind, die sagen, ich will bis an mein Lebensende Single bleiben und ich will nichts mehr davon wissen, gut, die können es trotzdem auch für Nachbarn und Freunde anwenden, ja, aber wenn ich jetzt sage, ich bin zwar Single, aber ich suche schon ein Partner im Leben, dann wäre es sehr, sehr ratsam, sich das anzuschauen, weil wenn ich diese Muster in mir mit diesen inneren Anteilen verstanden habe und da geht es immer auch um das, was ich weggesperrt habe als Kind, das ist ganz zentral. Wenn ich das erkannt habe und das erlöst habe und dann suche ich mir nicht mehr einen Partner, der in der Pseudopersönlichkeit, also das, was wir so schön nach außen zeigen, wenn wir jemanden kennenlernen, das ist ja nicht unser ganzes Wesen, sondern das ist ja nur der schöne Teil und der schöne Teil verliebt sich in den schönen Teil vom anderen. Ja, und wenn ich das aber integriert habe, dass dieses Weggesperrte auch sein darf und leben darf, dann habe ich eine ganz andere Resonanz und dann finde ich auch einen anderen Menschen und meistens will man ja Single sein, weil man sagt, nee, die Erfahrung will ich nicht mehr machen, ich bleibe jetzt so Single mein ganzes Leben und da hat man halt die Chance, man kann das auch allein verändern, man kann ja auch mit der Erinnerung an die anderen Partner arbeiten. Genau. Da will ich auch gerne ergänzen zu einem Expansion-Fleisch-Vorweg eine Info zum Peter Kammermeier, der das für den Mann so schön erläutert hat, dass der Mann, also sein Dasein, also dieses Liebe-Wollen, also jetzt nicht speziell sexuell, sondern geliebt zu werden, eher so in eine Beziehung reingeht, unbewusst oder bewusst, dass sein Herz versperrt ist aus der Vergangenheit, aus den Erfahrungen her, aber er holt sich diese Energie, diese Lebensenergie, dieses Geliebtwerden-Gefühl über die Sexualität. Und dann geht er hin, dass es dann mir, also so, als er das Interview gesagt hat, es ist mir wie so ein Schuppen vor den Augen runtergefallen, dann ist ja klar, dann gehe ich nicht zu meiner Partnerin als Gebender, in dem Sinne, sondern ich will für meine Liebe sorgen, das heißt, du hast mir jetzt als Frau Sex oder Liebe zu geben, ja, so, also als Nehmender sozusagen. Und dann ist ja auch klar, da macht die Frau komplett zu. Also die Rose, Katharina sagt das immer so schön, die Rose geht nicht auf, sondern die Rose geht zu und da ist keine Chance und ist Streit vor Programmier. Ja, ich grenze jetzt auch mal gerade etwas für die YouTube-Zuschauer und die Podcast-Hörer, weil ich habe das auch vor kurzem mal gehört von einer Liebesexpertin, die hat ja auch das mit der Rose so schön gesagt gehabt, das fand ich jetzt ein ganz schönes Beispiel. Genau, das können wir eben auch für alle Podcast-Hörer soweit eben sagen, es gibt auch das Video entsprechend auch bei YouTube zu sehen und für alle, die es jetzt auf YouTube sehen, es gibt einen Podcast dazu und deswegen heißen wir ja auch die Zweimacher, denn meistens ist uns eine Schiene nicht genug und ja, ich fand das jetzt ganz toll, auch zum Schluss nochmal so die Beantwortung auf meine letzte Frage, also wenn du auch den Frieden zu dir in der Beziehung finden willst oder den Frieden eben zu deiner Partnerschaft, dann bist du herzlich eingeladen, mit dabei zu sein beim kostenfreien Online-Kongress und wir verlinken das alles in den Shownotes und ja, sind dann soweit langsam am Ende vom Interview und wollen euch natürlich am Ende auch nochmal kurz ja, die Chance geben, gibt es noch irgendwas, was ihr auf alle Fälle da so der Welt draußen mit auf den Weg geben wollt? Ja, also ich würde gerne anfangen, auch so praktiziere ich das für meine Seminare, wenn ihr das alles hört und fühlt, geht ins Fühlen, nicht ins Kognitive, ins Kopf und wenn dich das im Fühlen, im Herz berührt und du weißt überhaupt nicht warum, dann komm zu uns und wenn nicht und es ist für dich so, keine Ahnung, darf auch sein, dann ist es auch okay, wenn du nicht dabei bist, ja. Ja, sei herzlich willkommen als Paar, als auch Single-Liebender und mir ist ganz wichtig, wenn dich unser Seminar beziehungsweise unser Kongress im Herz berührt, auch wenn du auf die Webseite gehst bei uns und auch von den Referenten, dann sei willkommen und anders bist du auch willkommen, natürlich, aber es darf alles sein und das ist mir wichtig, einfach mitzuteilen, dass wenn es also wirklich eine Berührung gibt, dann ist es ein, ich weiß nicht warum, dann komm und dann wirst du es erfahren. Danke dir und du, Teresa? Ja, ich wollte sagen, wenn ihr, die ihr zuhört, einfach mal reflektiert, ob ihr euch wirklich lebendig fühlt in der Beziehung, weil oft ist es ja so ein Kompromiss, den man dann irgendwie eingegangen ist und man geht doch flüchten, indem man joggen geht oder viel arbeiten oder das Haus ist perfekt geputzt oder wie auch immer und man denkt, naja, unsere Beziehung ist ja ganz okay, aber es geht wirklich um die Lebendigkeit. Bin ich wirklich lebendig und begegne ich meinem Partner noch mit dem Herzen, also geht das Herz überhaupt noch auf, dann einfach teilnehmen, weil es ist möglich, das wiederzufinden. Wir waren auch schon an dem Punkt, wo es sich total tot angefühlt hat sogar und nebelig und alles und es ist tatsächlich möglich, es wiederzufinden und mit dem Weg ist eine Möglichkeit. Ja, habt vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der Folge von unserem Duopreneur Podcast und dass wir euch jetzt so intensiv erleben durften und so persönlich auch kennenlernen durften. Herzlichen Dank. Ja, von mir zum Abschluss eben auch noch dann vielen Dank an euch und an die Hörer und ganz wichtig beim Podcast auch immer noch dazu zu sagen, wir freuen uns auf eure Bewertungen in iTunes und auf eure Kommentare. Schreibt uns und schreibt uns auch gerne eure Fragen. Wenn ihr auch Fragen zu den beiden habt oder eben auch zu einem Podcast, dann meldet euch ganz einfach bei uns und wir freuen uns, dann das entsprechend zu beantworten. und das war's von uns vom Duopreneur Podcast. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Natürlich freuen wir uns auch über eine E-Mail von dir. Schreib uns einfach unter info at zweimacher punkt com Wir freuen uns auf deine Nachricht.